willkommen zu der neuen let's play heute spielen wir payday 3 leute ja endlich ist es soweit ich gehe direkt das mal rein und in der zeit kann ich ja groß drum herum labern ich weiß gar nicht wie das hier funktionieren wird ohne vielleicht keinen preis also tutorial habe ich gespielt lobby hat öffentlich für ich jetzt gerade normal party suchen wir gucken was die gruppe macht ich habe wie gesagt jetzt die erste runde spielen wir jetzt gemeinsam 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 leute ja bereit ach so ich muss mich bereit machen wo mache ich das denn keine vorteile gewählt weiß doch gar nicht wie es funktioniert ja munitions tasche kann ich nur einen wählen aha ok so viel waffen und so wird ich eben noch nicht haben munitions tasche sanitäter wie kann ich mehrere machen wie kann ich mehrere sachen auswählen leute ich habe keine ahnung ach ausstattung 1 aha ausstattung 2 ach so sanitäter ich verstehe es nicht ausrüsten ich drücke hier drauf aber irgendwie keine ahnung also auf jeden fall werden wir einfach mal drauf los spielen einfach mal wenn es lernen ja wir werden alles lernen ist er noch nicht bereit deswegen ja aber wie kann ich die anderen hier auswählen muss der wach plus drücken nein das bereit können wir machen normal wir können es ausstatten eigentlich ausstattung anpassen ja waffen und sagen wir eh noch nicht deswegen wir müssen erst noch mit dem starr kram arbeiten kann ich nicht mehrere entfernen ja wie gehe ich runter wir können doch bestimmt entfernen können wir nicht drei kann ich nur ein oder muss das noch freischalten oder wir haben wir auch mehrere ausstattung und das sind wahrscheinlich tiefe ich gebe auf null oder muss ich auf 12 und sowas machen ich kann anscheinend echt nur eins auswählen ich bin mal bereit ich bin bereit leute man sehen wir uns gleich wieder ok was müssen wir machen keine ahnung was wir machen müssen also wir sollen die bank einfach betreten wir können also alles ein bisschen ausspähen maske aufsetzen oh was war das schon aufsetzen warte mal die sind hinten rum was passiert hier ich weiß nicht was ich machen soll leute heute wurde einer festgenommen na super ich gehe vorne rein ok ich glaube einfach ich pack mir sie einfach ich loslassen ok ich würde sagen es endet dann doch einfach rumgeballert warte auf die ausführung räumt den bereich finde den schießfach des managers ich glaube der bro macht hier schon alles klar das läuft hier direkt perfekt das läuft ja schon super ich glaube ich sollte hier ein bisschen mit action machen ich kann hier durch bannern ich bin so verwirrt leute damit das termite ein ist denn das komme ich dahin okay also einer krassen schießerei heilung ich heilung voll okay ich bin voll ich nein ich bin doch ganz voll naja egal egal dahinter irgendwie barrikadieren oder so wo sind die anderen das ist so durcheinander gut gemacht wo muss die tasche hinlegen wo können wir jetzt das feuer hier ich weiß es gegen ressourcen austauschen alles klar interessant okay was muss ich noch machen wenn das die polizeien feueralarm auslöst sind das hier verlassen knacken sollte wie knackig so mit munition kann man immer gebrauchen ach quatsch falsche taste und ich muss es noch lernen leute ich muss es noch lernen es war sehr verwirrend muss schon sagen es war sehr verwirrend was haben wir hier für einen raum kommen hier noch welche angriff steht bevor ja das war's mit denen läuft soweit doch ganz gut läuft soweit doch ganz gut wo können die noch kommen sie ist ein leben testen technisch aus also einer sieht überhaupt nicht gut aus davon die zeiangriff was das hier munition ok so weit so gut ich muss noch mal aufhören granaten ja geil ok jetzt müssen wir nur warten wegen dem feueralarm was mit den kameras die sollten wir mal wegballern ich soll irgendwie einen schlag machen oder so ja was ist da muss ich da hin bladding trosor ah so funktioniert das alles klar oh knack kann ich meinen eigenen kollegen treffen ich weiß es nicht erreicht den treffpunkt anzuhören auffüllen ok das ist gut wo ist denn der treffpunkt wo ist denn gerannt alles ich folge mir einfach mal ich habe auch cash wir haben es irgendwie geschafft keine ahnung leute ich bin hart verwirrt ich bin noch echt ultra hart verwirrt ich habe keine ahnung leute polizeiangriff natürlich bist du flugzeug da sind alles klar da hinten wo geballert da hinten auch auch kommt aus oh nein oh nein oh nein wenn ich noch einer ja munition vielleicht alles klar nix da lass mein braun ruhe da hinten hin alles klar einfach reinwerfen dann keine ahnung wo die anderen sind keine ahnung wo das andere cash ist irgendetwas oder alles klar wir müssen abhauen oder ich glaube das war es oder so ist einfach rein das ist vier da hinten müssen wir das hier machen ich verstehe es nicht alles klar ok ok ein großes durcheinander leute aber irgendwie haben wir es geschafft ist auch noch so ein anfang ding so geht das leute so scheint zu funktionieren fortschritt ok wir kriegen direkt hier abgeschlossen eine sache irgendwie nicht keine ahnung ach so werden noch mehr beute geschwollene taschen vier werden werden insgesamt mehr aber nicht nur vier drin oder so ich kann es irgendwie nicht genau sagen ein zivilist getöstet kostet uns 7000 loose cash aber wir haben außerhalb 138.000 das klingt doch schon mal nice dann werde ich mal schauen ob wir irgendwie upgrades holen können oder so ausstattung händler ich habe ein paar cash die haben wir doch oder eine neue maske holen ok bringt das irgendwie ein boni oder so was sind das hier irgendwelche stacks 90.000 ich weiß nicht was das ist ich hoffe jetzt mal eins ich spare erstmal keine ahnung ich würde ganz gerne die hier haben pump gun ausstattung munitions tasche panzerung ich glaube ich behalte erstmal panzerung granaten leichte schutzwesten aha wir können es auch bessere schutzwesten holen deswegen darauf sparen wir erstmal und das hier aha wir können also auswählen munitions spezialist hältst du mum nehmen wir mal das hier was sind das skill punkte haben wir skill punkte oder wie und jetzt habe ich den schon verballert scheint so gut wir sind sanitäter aussehen kannst du den auch ohne maske anschauen aber der sieht ganz cool aus ich will den haben wolf ich bin wolf ausstattung ja noch haben wir nicht so viel waffen kaufen nein nein erstmal nicht signature 40 hab ich ja brauch ich dann nicht kaufen dann gehen wir direkt in die nächste runde oder ich schließe mal rücken auch für eine reihenfolge ab das haben wir ja es ist als nächstes das hier wir gehen einfach rein 200.000 bis 500.000 wir gehen einfach rein leute ich habe es für mich ich habe es für mich ich habe es für mich machen wir mal vorteil wählen pfanzerungstasche muss ich mir die kaufen ich bin echt noch verwirrt wir werden zu lernen drei einer fehlt gut machen wir zu dritt sollten wir auch schaffen oder so leute kleiner cut musste leider sein weil irgendwie hat das spiel aufgehangen und wir haben eine neue gruppe und wir sind stoppiert warum nicht warum nachladen eine patrone was haben wir denn hier und er ist genommen alles da mehr hier hinten ist nix ne gut oh ne das ein oh aha wir müssen hier durchsneaken gut ja das lief ja schon mal wieder gut das lief ja gut das lief ja sehr gut äh okay war echt schuld ich habe keine ahnung ich bin auch echt verwirrt leute ich muss das spiel echt noch kennenlernen naja egal zu dritt nicht bereit komm machen wir das ding zu dritt werden wir schon irgendwie hinkriegen oder das kriegen wir doch irgendwie hin das kann ja nicht sein dass wir direkt abkacken hätte ich mich mehr durchsneaken müssen ich glaube ja ne ich glaube tatsächlich ja gut gut ich hoffe der eine ist erstmal bereit warum ist er nicht bereit der kollege wir können passen wir werden ausräumen das wird mal so selten du solltest es uns ein paar minuten verschaffen als vorzubereiten bloß dafür dass der fahrer keinen verdacht schafft so jetzt aber leute jetzt sollten wir es doch irgendwie schaffen sind wir zwar nur zu dritt aber wo jetzt hinterher weit vor oh oh ich will die waffe wegpacken und das ist ja gelb wenn ich die irgendwie wegpacken wir dürfen halt nicht abhauen die dürfen nicht abhauen das heißt sollen die reinhauen oder das musste sein das gibt es doch nicht es kann doch nicht so schwer sein leute leute ich würde sagen was war es erstmal mit dieser folge ich wusste das ganze einmal testen ja wenn es euch trotzdem gefallen hat bewerten und kommentieren nicht vergessen sonst würde ich sagen sehen wir uns zur nächsten folge wieder ciao